Are you ready für Dark Souls 3? Ja toll, ich habe noch, ich habe noch, ich habe noch drei Tränke, ne? Hat der mir gerade einen Sidekick ins Gesicht gegeben? Das könnte ein Problem werden, Digga, habe ich den nicht First Try gemacht, als ich das Spiel angefangen habe und jetzt war gar nicht bei dem oder wie? Ja, mir sind leider die Tränke ausgegangen, ne? Ja, das ist, wenn einem die Tränke ausgehen. Hat man hier begonnen? Hat man das Spiel hier begonnen? Oder wo? Oder wie? Ist das genau der gleiche Ort? Oder ist das ein anderer? Oder? Ja, also gern, der Boss genauso wenig, ne? Der Boss ist auch mega easy. Aber die Gegner hatte ich doch nicht. Hier hat das Spiel doch irgendwo begonnen, oder nicht? Er ist auch wurscht. Also gern, der Boss ist easy. Mir sind nur die Tränke ausgegangen. Und ja, 100k Seelen holen wir uns wieder. Maschallah, Bruder. Warum macht er jetzt nicht diesen Backstab-Move? Verstehe ich nicht. Ach so, ich bin schwach. Ach Gott, ey. So weird. Warte mal, hatte ich nicht einen Ring, der mich mit genug Zeit heilt? Ja, dann hätte ich den ja schaffen können. Oh Mann, das war wieder richtig dumm. Warum kann ich den Backstab nicht mehr machen, Mann? Oh Mann. Wie viel Tränke hatte ich noch? Acht. Na ja, er hat eine neue Phase 2. Er ist einer der schwersten Bosse im Hauptspiel. Okay. Dann bin ich mal gespannt auf die Phase 2. Große Bosse konntest du nie Backstab-Move? Der ist ja nicht groß. Ich hab doch genau diesen Boss gebackstabbt beim ersten Mal. Du kämpfst jetzt in seiner Prachtzeit. Ach so. Hm. Hm. Du hast einen Ring, mit dem du... beim Sterben keine Seelen verlierst. Hm. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Aber... Ich sehe die 100.000 Seelen als Belohnung, wenn ich ihm den Arsch versholt habe. Wobei ich eigentlich schon gerne Level Up'n würde, ne? Wie viele Level Ups kriege ich für 100 Karosselen? Oh, zurück. Okay. Wir sind bei 1 bis 6.000. Ich sehe die 100.000 Seelen. Ach so. Ich sehe die 100.000 Seelen. Das ist ein dummen Kick, Alter. Ich habe keinen Bock runter zu fallen. Danke. Und wenn ich sterbe, dann in der Nähe des Eingangs. Ich lebe noch. Jetzt rennt er wieder. Der Saukopf, Alter. Ja, laber nicht, Mann. Der rennt halt, der hat Ausdauer wie ein Marathonläufer. Und er trippt wie ihm, weiß ich was. Was? Ich hab extra nicht gehealt, weil ich keine Tränke verschwenden wollte. Und er kann mich einfach kicken in der Luft. Lol. Ja, nice wäre, wenn ich auf meinem Gaming-PC spielen könnte, ne? Da wäre... Da hätte ich mich so Paranoia wegen Legs und Frames. Heftiger Dude. I don't know, man. Ich will nicht Shit-Talken, weil ich die ganze Zeit aufs Maul bekomme. Aber ich hab nicht... Ich find den nicht schwer. Ich find den eher nervig. Das genau das meine ich. Wie? Du dodged. Schön. Und er trifft dich halt trotzdem. Und jetzt macht er den Kick. Oder das. Digga, du hast das Gesicht deiner Oma. Das hätte ich ihm nicht sagen sollen. Und der, weiß ich, mein Charakter verfehlt. Ja. Ohohohohohohohoho. Hohohohohoho. Ho. Tja, scheiße, dass ich gedodged bin, ne? Keiner Alunke, du. Ey, der übertreibt so maßlos. Er greift halt nur an die ganze Zeit, ne? Holy shit, man. Rote Augen sind seine Phase 2. Liegt am PC, wissen wir doch. Ach, ihr kleinen, ihr kleinen Schwanz, Alter. Erzählt mir nix. Erzählt mir nix von Dark Souls, ey. Ich hab bis jetzt jeden Boss in Dark Souls gelegt. Und zwar easy. Aber ich hab halt kein Bock auf komische Legs in Bosskämpfen. Weil das irritiert übel. Obwohl sich das in Grenzen hält im Vergleich zu anderen Spielen, weil Dark Souls einfach krass gut programmiert ist. Aber trotzdem. Oh Gott. Wenn ich vor ihm stehe, trifft er mich nicht. Aber wenn ich ausweiche, dann macht er einmal Maschallah und dann war's das. Das ist ja Reichweite, ne? Das Ding ist, er, äh, flinscht auch nie, ne? Das Ding ist, er, äh, flinscht auch nie. Ja, ja, jetzt fick ich dem seine Mami. Ja, ja, jetzt fick ich dem seine Mami. Ja, das war so klar. So ein... So ein Spacko, Alter. Äh, ja, ich hab ne Strategie, mit der er richtig easy stirbt. Ähm, Charge Attack. Weg, auf Distanz bleiben, im richtigen Moment Charge Attacken. Also das hier. Und dann stirbt er einfach. Nur, wenn der 5000 Angriffe macht und mit einem Angriff 95% des Lebens abzieht. Ähm, dann, naja. Ach, komm, dein Ernst, Digga? Ah. Wie trifft denn der mich auf so ne Distanz? Aí, jetzt kann ich sein. Oh, okay. Okay, klar, klar. Okay, klar, klar, klar. Um... Okay, klar, klar, klar. Not쪽 hat anderer realizes. Nrifid! L implementationen, Ey, dieser Dude. Ah, Mann, übertreib nicht mit diesem Drecksmove, Mann. Das ist so ein Drecksmove. Oh mein Gott, das ist so ein Drecksmove. Bro. Alter, du kommst nicht von ihm weg. Was? Der hat doch geraucht. Der hat doch einfach nur geraucht. Ja, ja. Es war wieder der Kick. Das ist so ein Drecksmove. Das ist so ein Drecksmove. Das ist so ein Drecksmove. Wie trifft er mich? Das ist so Bullshit. Digga, der hat Adleraugen, Mann. Und die scheiß Cam funktioniert auch nicht richtig. Oh mein Gott. Gut, das wird der Run. Wie verfehlt er mich, wenn ich vor ihm stehe? Ich stehe genau vor ihm und seine Lanze verfehlt mich oder seine, wie nennt man das, Partisane oder wie auch immer, verfehlt mich. Siehste? Wenn ich direkt vor... Ah ne, er hat nicht verfehlt, ne? Wenn ich auf die Seite ausweiche, Mann, dann... Wenn ich auf die Seite ausweiche, dann trifft er mich immer. Wenn ich vor ihm stehen bleibe, trifft er mich 50-50. Zählen sichern, Leben leveln. Ja, das wär was. Weil er macht halt ultra viel Damage. Habt ihr jetzt gesehen, dieser Minirockler? Das verwirrt einem übel. Nein, scheiße. Wo sind die sie denn? Wo sind die sie denn? Wo ist das? Boah! Ok. Cool! Kannst mich auch einfach One-Shotten, Digga. Äh, ich hab jetzt versucht in ihn reinzurollen. Also unter ihm durchzurollen, quasi. Aber das hat leider nicht funktioniert. Ähm. Wir haben noch eine Estus-Scherbe, ne? Okay, wo haben wir so einen blöden Ring? Ähm. Da, hier, oder? Soll ich das für Ringe? Irgendwelche Banner. Okay. Also, äh, hier, das sind die, ne? Genau. Äh. Ach so. Ja, ich muss ihn ausrüsten. Erhöht die Ausdauer-Regeneration. Gut. Wir machen den weg. Wir gehen unsere 100.000 Seelen holen. Dann machen wir mal Estus-Scherbe rein. Wir verstärken unser Schwert, wenn's geht. Und danach sollte der Pipifax sein, weil, wie gesagt, eigentlich ist der nicht schwer. Es ist, er ist nur mega nervig. Wobei, ich mein, was ist schwer und was ist nervig? Was ist der Unterschied zwischen schwer und nervig? Ich find, wenn du dir Pattern einigermaßen okay merken kannst, ist ein Boss fair. Nicht allzu schwer oder so. Was ich einfach finde ist, er ist schwer insofern, dass er dir die ganze Zeit Druck macht. Ne, das, das ist, das ist der schwere Teil an ihm. Er lässt dich einfach nicht in Ruhe. Aber ich mein, das ist für Dark Souls Bosse nichts Neues. Aber er macht es halt übertrieben, ne? Und vor allem, er trifft dich aus jeder Drecksperspektive, äh, hier, Position, äh, äh, von überall. Und ne Reach hat er wie, ne, weiß ich was. Und dann noch Multi-Hits und so. Ich glaube, alles insgesamt macht ihn schwer. Aber, weiß nicht. Das war halt wieder so eine perfekte Reach, in der ich ihn nicht getroffen hab. Wow, er hat zum ersten Mal diesen Move verfehlt? Damn. Aber, was ich eigentlich damit sagen will, was ich nervig, schau, schon wieder, aus irgendeinem Grund nicht getroffen. Was ich nervig finde an ihm, ist, dass er sich, dass er schlagen kann und auf einmal verrenkt er seine Glieder komplett und du, auf einmal trifft er dich hinter ihm, so. Ne, so das finde ich einfach irgendwie nervig. Das kann ich nämlich auch nicht. I don't know. Siehst du, das meine ich. Er macht einen Angriff, kalibriert komplett neu, trifft mich hinter ihm und macht dann Multi-Hits. Das ist scheiß Ruckler, Alter. Ich bring mich komplett raus. Warum geh ich jetzt da rein? Ja, das meinte ich, ne? Fünf Hits, dann kann er neu kalibrieren und macht Multi-Hits. Das ist, I don't know, man. Gut. Wir reisen zum Schrein. Zweite Phase ist noch viel schwerer. Du meinst die dritte? Du kriegst von seiner Seele einen der besten Ringe. Mhm. Äh, Estus Flakon verstärken, oder? Yes. So. Jetzt haben wir sogar noch ein Heal mehr. Äh, wo ist meine Waffe? Da. Äh, was braucht es noch gleich? Wo steht, was es braucht? Hä? Ach da, Titanenbrocken. Vier, äh, vier und ich hab sieben. Okay. Gut, jetzt machen wir mehr Damage. Wir haben mehr Tränke. Und jetzt halten wir auch noch mehr aus. Aufsteigen. So, ähm. Will ich Kondition? Oder Vitalität? Ich glaube, wir machen so. So, wir haben aber noch viele Seelen. Das heißt, ich kann noch ein, zwei Level machen, theoretisch. Ähm. So. Äh, spielst du die DLCs auch? Äh, ja, 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 ja. Auf jeden Fall. So, ähm. Wir haben hier die, die Seele des Königs. Welche Seele würdet ihr behalten? Können wir gleich noch mal steigen? Oder wie sieht's aus? Einmal müssen wir, glaube ich, noch easy schaffen, oder? Ja. Blutung, Gift, Kälte. Wird die Belastbarkeit leveln für bessere Rüstungen. Ach so. Nee. Scheiß, Aufrüstungen. Alle behalten. Okay. Ja, ich werde die wahrscheinlich nie brauchen, aber ey. Wenn ihr meint, doch. Ähm. Okay. Unbehütete Gräber. Ist das, by the way, der gleiche Ort, oder ist das ein anderer Ort, der einfach gleich aussieht? So. Machen wir doch das hier, oder? Und jetzt gucken wir mal, was mit dem abgeht. Moment, zuerst muss ich noch den Ring... So, und jetzt, jetzt reden wir noch mal, Brudi. Da gibt's auf jeden Fall noch gute Stärkewaffen. Ja, gut. Ähm. Das Ding ist, die DLCs werden wir wahrscheinlich nach dem Hauptspiel machen. Und da haben wir dann hoffentlich schon eine gute Waffe, die uns durchs Spiel bringt. Und nach den DLCs brauchen wir ja, so gesehen, keine Waffen mehr. Weil dann ist das Spiel eh vorbei. Aber gut. Mal gucken. Okay. Focus. Äh. Irgendwas habe ich gedrückt wieder. Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe, aber irgendwas habe ich gerade gemacht. Was habe ich gemacht? Ja, das war schon wieder komplett lost, Alter. Ich habe ihn dann schon wieder verfehlt, ne? Wo ich mich frage, wie. Und wie hat er mich jetzt verfehlt? Okay, Bro. Okay, Bro. Jiga, ich bin ausgewichen. Lava, kein Scheiß, Mann. Hey, wie bewegt denn der sich so weit? Der macht einen Schritt und kommt durch das ganze fucking Feld. Fuck, ist der nervig, Mann. Habt ihr gesehen, wie viele Schritte der nach vorne gegangen ist mit diesem Einschlag? Was nicht mal mit der Waffe war, sondern mit der scheiß Faust, Alter. Und ich treffe ihn nicht und ich stehe neben ihm. Junge. So ein Drecksboss, Mann. Holy. Ja, siehste? Hast du gesehen? Wie weit er kommt mit diesem Scheiß? So ein Müll. Mann, ist der nervig. Holy shit, ist der nervig. Breh. Ordinary Joe, Dankeschön für den Re-Sub. Stärksten Bossen in dem Game, ja, I don't know. I don't know. Ja, I guess. I guess. Ich mein... I guess er ist einer der schwersten Bosse. Ich würde ihn nicht schwer nennen, sondern einfach nur nervig und unfair. Weil ich, ähm, nicht unbedingt sehe, wie das mit... Ne, also ich hab das Gefühl, das ist pures RNG at this point. Weil manchmal greift er an. Manchmal bleibt er stehen, lässt einen heilen. Manchmal gar nicht. Ähm, ne, zum Beispiel ein Run, da hatte ich ihn fast down. Da hätten noch zwei, drei Schläge gefehlt und dann wäre er weg gewesen. Ähm. Ja, du kannst ihn halt auch nicht von hinten angreifen, ne? Und du triffst ihn halt... Schau mal, er trifft mich mit seinem Fuß. Von da, wo ich mit meinem Schwert nicht treffe. Und mein Schwert ist zehnmal länger als sein Scheißbein. Und ich verfehle wieder den Move. Und er trifft das, was auch immer das ist, obwohl ich ausweiche. So ein Scheißdreck. Das kann niemandem erzählen. Und dann stunt er dich. So ein Scheißdreck, Digga. Und nachdem er nach vorne gekommen ist... Ist auch einmal wieder irgendwo ganz hinten. Ne? Dieses Schulterstoßen. Er will dich mit der Schulter tackeln, aber macht fünf Meter währenddessen. Und wenn er zurückgeht, ist er wieder fünf Meter weg von dir. Das ist so... Das meine ich mit unfair. Das macht so keinen Sinn. Ne? Ich meine, das hier kann ich auch. Aber ich gehe nicht von hier bis da zum Feuer nach vorne und bin dann wieder hier, wenn ich... Ne? Das ist so dumm. Allein dieser Move. Ach komm. Halt doch dein Maul. Hast du denn den Ausdauerring wieder angezogen? Ja. Okay, keine gute Idee. Das machen wir nicht nochmal. Warum verfehle ich jetzt? Siehste, das ist das, was ich meine. Wenn ich so einen Sprung mache, dann verfehle ich jedes Mal. Und er trifft, egal ob ich genau dann ausweiche oder nicht. Und auch das jetzt wieder verfehlt, ne? Obwohl ich schön getimed hab. Aus irgendeinem Grund. Schau mal, wie der um die Ecken schlägt. Das macht gar keinen Sinn, so physikalisch gesehen null. Das ist mein größtes Problem mit ihm. Dass er so komische Movements hat. Oh Gott. Das war schlecht. So, und jetzt kommt wieder der Move. Kommst nicht zum Schlagen bei dir. 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 Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich den Boss finden soll, um ehrlich zu sein. Um... 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 Vielen Dank.